Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde essen nie allein. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit und schmeiß die ganze Zorgen verbot. Und wenn du stets gemütlich isst und etwas appetitlich bist, dann nehm es dir egal von welchem Ort. Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? Ich geh nicht vor dir, auch nicht für Geld. Die Bienenzummen in der Luft erfüllen sie mit Tonikduft, ja mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Gesamt TNT, hey, hey, bei deiner mein Gesamt TNT, hey, hey. Vielen Dank.